Eine junge Dame gezogen, dass die Freude groß war, dass sie die Startnummer 1 hat, das bezweifle ich, aber sie wird das Ganze ganz sicher souverän meistern, da bin ich mir ganz sicher. Begrüßen wir Sie mit einem kräftigen Applaus, hier ist Startnummer 1, Stella Maria Vaguti. Stella Maria, wir stellen dich vor, oder du stellst dich selber ein bisschen vor, wo wohnst du, was wachst du für eine Schule, wie bist du zur Musik gekommen und was ist grundsätzlich deine Lieblingsmusik? Also ich bin die Stella Maria Vaguti, ich bin 14 Jahre alt und komme aus Wien. Niederösterreich ist aber meine Wahlheimat, ich bin sehr froh, heute hier sein zu dürfen. Ich besuche das Wendry Gymnasium in Wien. Ja, und Lieblingsmusik? Ich höre sehr gerne Lieder von der Adele, also Balladen und auch Pop-Songs. Alles klar, du hast eine Wurzeln- oder Zeitwohnsitz im Bezirk München, genau, und jetzt auch für ihr Fans mit, das habe ich schon gehört, was wirst du uns denn singen? Easy on me von Adele. Easy on me, Adele ist an der Reihe. Komme in die Mitte der Böhne, meine Damen und Herren, jetzt bitte einen irrsinnig lauten Aufmerksampplaus für die Startnummer 1, Stella Maria Vaguti. Applaus Applaus Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020